Ok, wir sind 16. Lena ist jetzt 16. Wie ist das Leben mit 16? Lena ist 16 Jahre alt. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Gibt es Veränderungen? Was ist ihr großer Traum? Ich habe den Film. Lenas schönste Zeit in diesem Jahr war ihr dreiböschiger Aufenthalt in Florida. Lenas schönste Zeit. Das ist gut. Lenas ist 10 Jahre alt. Das ist die Verkaufung. Das ist die Verkaufung. Die Verkaufung ist eine Verkaufung. Das ist die Verkaufung in 3. In Florida. Bei einer amerikanischen Familie. Das ist eine amerikanische Familie. Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Sagt sie. Wir reden hier. Wir reden hier. Der Besuch mehr auf dieses Zeitpunkt. Der Besuch. Der Besuch. Der Besuch. Der Besuch. Der Besuch. in der Natur, und die Besichtigung des Kennedy Space Centers, und die Besichtigung des Kennedy Space Centers, die Erlebnisse der Mekar der Nasa, die der Scharikate der Nase, den Namen der Kennedy Space Center, machten die Reise zu einer unvergesslichen Erlebnis. Das Erlebnis ist, das ist das Verhältnis. Wir machen die Ausbildung nicht mehr im Ansicht. Oder wir machen die Ausbildung nicht mehr im Ansicht. oder wir machen diese Ausbildung ein Ausbildung nicht mehr im Ansicht. Heute findet ihr die Ausbildung auf E-Mails und die Leute in den USA und die Leute im Ansicht. Also bis heute, Leina, Sie schreiben einen Messages, also eine Binde, Sie schreiben eine E-Mails, an mehrere Nette Leute, also die viele von den Menschen, die nicht wissen, die in den USA waren, die in den USA waren, die in den USA waren, die in den USA waren. In der Schule, in der Schule, nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut, also nicht so gut. Das Zeugnis am Ende der 9. Klasse war das Schlechteste, das Lena bis jetzt hatte. Also, die Nachteil der Nachteil des 9. Klasse war das Schlechteste, das Lena bis jetzt hatte. Die Nachteil des 10. Klasse war das Schlechteste 1.4. Die Nachteil des 10. Klasse war das Schlechteste. Das Schlechteste 2. Klasse war das Schlechteste 1.4. Die Nr. ist eine Art von Nr. Sie können die Nr. auf die Nr. Sie können die Nr. auf die Nr. Sie können die Nr. auf die Nr. Sie können die Nr. Sie können die Nr. Das ist das heute. Das ist eine Art von Nr. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Neus Schuljahr ist eine Jahrzehnte Deraßung. Neus Glück Sie sagen Sie sind Sie haben viele neue Lehrer bekommen. Lena hat viele neue Lehrer bekommen. Lena ist ein sehr viel von den der Unterricht Ich denke, dass bei denen der Unterricht besser ist. Sie können dann das bekommen Sie. Das Abschlusszeugnis nach der 10. soll wieder so gut wie früher Zeugnisse werden. Das Abschlusszeugnis also die Nr. die Nr. Sie werden es gut ausfüllen. bei der Nr. der Nr. Bis dahin stehen noch einige Termine auf dem Kalender. Da gibt es keine Mewaheid in der Kalendrie. Im Herbst nam Lena an einem Schüleraustausch mit der französischen Partnerstadt, Loch Steyl. Im Herbst nam Lena an einem Schüleraustausch mit der französischen Partnerstadt, Loch Steyl. Im Herbst namen an einem Schüleraustausch mit der französischen Partnerstadt mit der französischen Partnerstadt. Im Herbst namen an einem Schüleraustausch mit der Tascherschaft von der französischen Partnerstadt. Im Herbst der Tascherschaft dem Anbetriebe erbauen können. Die Ausseidung ist vorhanden der Gesamt-Jahrgangstufe. Das ist vorhanden, vorhanden. Das ist die Gesamt-Jahrgangstufe. Das ist die Gesamt-Jahrgangstufe. Die Gesamt-Jahrgangstufe sind vorhanden. Die Ausseidung ist die Ausseidung für die Ausseidung. Die Ausseidung ist die Ausseidung. Auf der Oberstauern in Österreich. Das ist die Ausseidung. Die Ausseidung ist die Ausseidung. Die Ausseidung ist die Bestein in der Buche. Die Ausseidung sind die Erwachsen. Die Ausseidung ist die Ausseidung einst imminent. Sie bescheiden zwei Groningen mit Jungern späteren. Die Ausseidung sind einstensiv mit dem Ausseidung. Sie haben die Gruppe durch die Ausseidungen eine Angriffe. Die Ausseidung wird über die Ausseidung zu gewinnen. Die Ausseidung wird das Ausseidung vermissen. Das ist die Ausseidung als Betreuer. Lieber mal, im Ansehen ist das sie ein Wettbewerb. Die Betrögerin ist wichtig, dass die Betrögerin die Betrögerin ist. Lena hat mittlerweile den Bräunen Gürtel. Also hat Lena, in dieser Zeit haben wir den Bräunen Gürtel, das ist der Hizam Gönny. Das steht für den höchsten Schülagrat im Judo. Das ist der Hizam Gönny. Das ist der Hizam Gönny. Eine Zache auf dem Mann Stolz sein kann. Das ist etwas, was jemand mit ihm kann sein, fachur oder bei ihm kann sein, finden Sie. Was für Vorteile hat man mit 16 Jahren? Was sind die Ägäbiäte, die jemand in den 16 Jahren gibt? Ich darf Alkohol und Zigaretten kaufen. Aber das kommt für mich als Sportlerin überhaupt nicht in Frage. Das kommt für mich nicht in Frage. Das kommt für mich nicht in Frage. Das kommt für mich nicht in Frage. In Französisch können Sie auch zwei Fragen. Das ist eine Frage für den Erwartungen. Das ist eine Frage für mich als ich. Das ist eine Frage für mich als ich. Das ist eine Frage für dich. den Antechابات المحلية und den Antechابات der Stadt. Teilnehmen könnte, dass sie die Antechابات in den Antechابات der Stadt. In Politik und Richts, also in der Durschung der Sياßung, in den Zeitungen der Geräte und im Internet hat sie sich vorher informiert. Sie hat sich vorher mit dem Begriff. Außerdem sind die Bürgermeisterkandidaten. Bürgermeisterkandidaten sind die Anwälte der Anwälte der Anwälte. So eine Podiumsdiskussion in der Schule bekommen. Das heißt, mehr als 200, die die Anwälte der Geräte der Geräte, um eine Anwälte zu machen. In der Schule kommen sie in der Schule. Wir haben eine Anwälte, die eine Anwälte der Geräte. Einige Ideen der Kandidaten, also die Anwälte der Geräte der Geräte, finden sie sehr unrealistisch. Sie finden diese Anwälte nicht wahr. Aber sie sind auch politiker. Aber sie sind die Anwälte der Geräte der Geräte. Mind-Leaner. Mind-Leaner. In den Sommerferien haben wir zwei Wochen in einer Werkzeugfabrik gearbeitet. Also, in der Schöpfung, haben wir zwei Wochen gearbeitet. Also, wir arbeiten einige Anwälte in einer Firma, die die Anwälte der Geräte der Geräte. Das Werkzeugfabrik. Das verdiente Geld, die Wohlmahl im Moktesal, will sie sparen. In der Torede an Wofferern. Sparen kann die Wofferern. Noch einmal nach Amerika reisen. Mera auf Ratsafel Amerika. Das ist im Moment ihr Traum. Hada halien, wo er hüllen wird. Und eine jule Question. Lena hat noch Kontakt zu ihren Freunden in den USA. Falsch oder richtig? Sehr gut. Sie schreibt immer noch E-Mails an mehrere nette Freunde, die sie in den USA kennengelernt hat. Lena ist nicht glücklich mit ihren Schulnoten. Falsch. Sehr gut. Das heißt, das ist ihr Egal. Hier gibt es keine Ahnung. Sehr gut. Neues Schuljahr. Neues Glück. Sie lachen. Sie lachen. Sie sagen, sie sind schrecklich. Sie sind nicht glücklich. Sie sind nicht glücklich. Falsch. Wir sagen, es gibt guerra feisty ein Zechthalera. Sie sind glücklich. Sie werden grundsätzliche Folgen. Sie sind glücklich. Die천� escaping die Bl shell, in deroncesopfer beachten. Das wählen ist nun scheinz. Neues puede wissen trze chju nicht. weil esCuatteligen einige笔 ist. Léna hat viele neue Lehrern bekommen. Ich denke, dass bei denen der Unterricht besser ist. Ich denke, dass die Unterricht besser ist. Die Unterrichts sind gut, die Lehrer sind gut, falsch. Im Herbst war Léna in Frankreich, doch richtig, sie war in Frankreich und hier kann ich verdecken Schüleraustausch, d.h. sie hat einen Nono Hunter, außerdem im Herbst nahm Léna an einem Schüleraustausch mit der französischen Partnerstadt Locher Steyl, französisch. Hier, derzeit kann ich Amerika, kann ich nach Österreich, im Herbst war Léna in Frankreich, richtig. Léna ist mit ihrer Klasse nach Österreich gefahren, auch richtig. Léna ist mit dem Schüleraustausch. Außerdem fuhr er die gesamte Jahrgangsstufe im Winter nach Österreich, nach Abobertalach in Österreich. Léna hat jetzt weniger Zeit für Sport. Falsch. Das heißt, sie geht zwei bis drei Mal zum Judo und auch sie trainiert mit anderen Freunden. Léna hat schon einmal geraucht. Falsch. Rauchen und Alkohol kommt für sie nicht in Frage. Das ist auch eine Frage für sie. Lena findet die Politik interessant? Doch, richtig. Sie findet, dass die Politik sehr interessant ist. Das heißt, sie nahm an den Kommunal Valentine, nachdem sie eine Scherke, auf diese Anarche, auf diese Anarche, auf diese Anarche, auf diese Anarche, auf diese Anarche. Also, wenn sie in Politik unterricht, in den Zeitungen, im Internet, hat sie sich vor ihr informiert. Das heißt, dass sie eine Anarche über diese Anarche betrifft. Das heißt, sie interessiert sich für Politik. Léna hat einen Ferienjob. Léna hat eine eine Fereinjob. Léna hat jemand ein Arbeit im Dr. in der Urla. In der U-T-A-S-T-L-A. Doch, richtig. Wir gehen hier ab. Wir gehen hier. In den Sommerferien hat Lena zwei Wochen in einer Werkzeugfabrik gearbeitet. Sie arbeitet im Sommerferien. Sie arbeitet im Sommerferien. Sie arbeitet im Sommerferien. Das heißt, sie hat einen Ferienjob. Lena träumte von einem guten Job. Lena hat ein gewisses Arbeit gemacht. Das ist gut. Sie wollen nicht zu verstehen. Sie wollen diese Sprache verstehen. Das ist falsch. Wir gehen hier zum Text. Wo haben wir das? Das verdient Geld will sie sparen. Das verdient Geld will sie sparen. Noch einmal nach Amerika. Das ist im Moment ihr Traum. Sehr gut. Okay. Das heißt, sie haben nicht den Text oder den Paragraph gelesen. Das ist kein Problem. Aber sie müssen darauf achten. Sie müssen diese Sachen beachten. Kein Problem. Sehr gut. Okay. Das ist ein bisschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gehe jetzt mal auf. Seite, ich glaube, okay, 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 32, Seite 32, okay, 11, Kapitel 10, et es wie et es, diese Üben sind die 언제 in Köln, s wie es kommt, an dem sie ist, die Fische sind, oder wie es kommt, wie es kommt, wie sie kommt, wie wie sie kommt, wie es kommt, wie es kommt, wie es kommt. Erzähl mal neu in Köln worüber spricht Bernhard wohl mit seinen Freunden sammeln sie Ideen. Ich glaube, dass er die Leute nicht versteht. Ihr könnt euch hier sehen, und ihr könnt ihr euch mal her und ihr könnt ihr euch mal her. Das ist die erste Aufgabe ist, dass ihr euch das Bild schreibt. Ihr könnt euch das Bild schreiber, so wie ihr euch das Bild schreibt. Wir können euch das Bild schreiber. Bildbeschreibung. Bildbeschreibung. Das heißt, muss ich einige Fragen beantworten. Die Fragen sind, wer, was, wo, wo sind sie? Sehr gut. Wie viele Personen gibt es auf dem Bild? Was machen Sie? Wie macht ihr? Wocchen Sie? Was machen Sie? Wie machen Sie? How was das Pl세chen Sie? Heute kommen Sie. Was schon reden Sie? Wie låten Sie sich aus? Wie leid sinking sich aus? Wie fühlen Sie sich aus? Wie macht ihr Inte? Auf dem Bild sehr, ich kann es nicht auswählen, und ich kann es mit den Bildern einen Artikel befinden. Auf dem Bild sehr, und ich kann es in diesem Bild übernehmen. Und ich kann es mit den Bildern, Wir versuchen zu erweitern. Wir versuchen, hier, bei Spiel, dann kannst du das Bildern. Hemd, das Hemd. Okay, das Hemd. So. Ja, ja. Sehr gut. Sehr gut. Ein rotes Hemd an. Sehr gut, Adjektideklimation. Mhm. Sehr gut, ich glaube, dass Sie in einer Kneipe, dass Sie in einer Kneipe sind, ja, in Deutschland gibt es viele Kneipen, dass Sie in einer Kneipe sind, okay? Sie trinken, Sie trinken Bier und Sie sprechen über ein lustiges, lustiges Thema, weil Sie, weil Sie sind, weil Sie glücklich sind. Okay, die Frau hat, okay, braune Haare, okay? Sehr gut, dunkel, da braune Haare, die Frau hat braune Haare und sie trägt, okay, rots oder rosa Hemd? Dunkel, rose oder rot? Und sie trägt, sie trägt, sie trägt ein rosa Hemd, der man neben ihr, in der Rojni Bijani Biha, ist, okay, ist 30 Jahre, okay, ist ein 30 Jahre, okay? Er ist jung, und er sieht auch glücklich aus. So, wo ist das? Und? Ja. Und? Der dritte Person. Der dritte Person. Der dritte Person. ist ein Mann. Er hat eine dicke Bart. schwarze Bart. Er hat eine dicke, schwarze Bart. Ja? Le verbe aussehen. Aussehen. Kein Jebdo. Ja? Da? Er hat eine dicke, schwarze Bart. Da? Er hat sie gehört? Da ist rein. Er hat ihn weiterholt. Peter? Das ist ein Bild. Okay, mit dem B hören Sie das Gespräch über welche Themen Sie sprechen. Wir sehen uns über den Gespräch und sehen uns was das Thema ist. Das ist der Bernhard, ein Kommilitone aus Österreich. Das ist Fred, ein Freund hier aus Köln. Hallo Fred, hallo. Guten Abend. Möchten Sie was trinken? Ja, ja. An Kölsch, bitte. Verzählens, wie ist es denn so? Übrigens, kennt ihr einen neuen Witz von den Köbels? Äh, nee. Verzählens. Seh den Köbels zum anderen. An Dingen dich, wie den Jass, der laut am Schnauze ist. Willst du denn nicht ins Nordruss bringen? Nee, auf Jahr, kein Fall. Jedes Mal, wenn du wach wirst, bezahlt es in Rechnung auf die Nutz. Bernhard, was ist los? Du lachst ja gar nicht. Äh, tut mir leid, ich hab nichts verstanden. Ich glaube, ich geh jetzt lieber nach Hause. Mach keinen Quatsch, blöck hier. Verzählens. Erzähl mal, was ist los? Na ja, ihr seid so lustig und versteht euch so gut und ich fühl mich halt ein bisschen blöd. Ach, komm. Jetzt machen wir erstmal eine Kölschstunde. Fred, übersetzt doch mal den Witz. Also, sagt ein Kellner zum anderen. An deinem Tisch liegt ein Jass, der schnarcht laut. Willst du den nicht rausbringen? Nein, auf keinen Fall. Jedes Mal, wenn er wach wird, bezahlt er seine Rechnung noch einmal. Also, jetzt erzähl ich euch mal einen Witz. Ein Schwärzer, ein Österreicher und ein Deutscher stehen auf einem Witz. Sagt der Fred, ne? Hallo. Hallo, Fred. Alles klar? Ja, bestens. Das ist der Bernhard, ein Kommilitone aus Österreich. Das ist Fred, ein Freund hier aus Köln. Hallo, Fred. Hallo. Guten Abend. Möchten Sie was trinken? Ja, ja. An Kölsch, bitte. Verzähl uns, wie ist er denn so? Übrigens, kennt ihr einen neuen Witz von den Köbels? Äh, nee. Verzähl uns. Seid den Köbels zum anderen. An deinem Tisch, nicht ein Jass, der laut am Schnauze ist. Willst du denn nicht ins nur Drusse bringen? Nee, auf ja. Kein Fall. Jedes Mal, wenn der wach wird, bezahlt er seine Rechnung auf den Nutz. Ha, ha, ha. Bernhard, was ist los? Du lachst ja gar nicht. Hm, tut mir leid, ich hab nichts verstanden. Ich glaub, ich geh jetzt lieber nach Hause. Mach deinen Quatsch, blöck hier. Verzähl uns. Erzähl mal, was ist los? Na ja, ihr seid so lustig und versteht euch so gut und ich fühl mich halt ein bisschen blöd. Ach, komm. Jetzt machen wir erstmal eine Quelschstunde. Nee, übersetzt doch mal den Bitten. Also, sagt ein Kellner zum anderen. An deinem Tisch liegt ein Jass, der schnarcht laut. Willst du den nicht rausbringen? Nein, auf keinen Fall. Jedes Mal, wenn er wach wird, bezahlt er seine Rechnung noch einmal. Also, jetzt erzähl ich euch mal einen Witz. Ein Schwäzer, ein Österreicher und ein Deutscher stehen auf einem Bitten. Hallo. Hallo, Fred. Alles klar? Ja, bestens. Das ist der Bernhard, ein Kommilitone aus Österreich. Das ist Fred, ein Freund hier aus Köln. Hallo, Fred. Hallo. Guten Abend. Möchten Sie was trinken? Ja, ja. An Kohlspit. Verzähl uns. Wie ist es denn so? Übrigens, kennt ihr einen neuen Witz von den Köbels? Äh, nee. Verzähl uns. Seid den Köbels zum anderen. An Dingen dich, nicht ein Jass, der laut am Schnauze ist. Willst du den nicht ins Nutrus zu bringen? Nee, auf ja. Kein Fall. Jedes Mal, wenn du wach wird, bezahlt er seine Rechnung auf den Nutzen. Bernhard, was ist los? Du lachst ja gar nicht. Tut mir leid, ich hab nichts verstanden. Ich glaub, ich geh jetzt lieber nach Hause. Mach deinen Quatsch. Bleib hier. Verzähl uns. Erzähl mal. Was ist los? Naja, ihr seid so lustig und versteht euch so gut und ich fühl mich halt ein bisschen blöd. Ach, komm. Jetzt machen wir erstmal eine Kölschstunde. Fred, übersetzt doch mal den Witz. Also, sagt ein Kellner zum anderen. An deinem Tisch liegt ein Jass, der schnarcht laut. Willst du den nicht rausbringen? Nein, auf keinen Fall. Jedes Mal, wenn er wach wird, bezahlt er seine Rechnung noch einmal. Also, jetzt erzähl ich euch mal einen Witz. Ein Schweizer, ein Österreicher und ein Deutscher stehen auf einem Bär. Dankeschön. Hallo. Hallo, Fred. Alles klar? Ja, bestens. Das ist der Bernhard, ein Kommilitone aus Österreich. Das ist Fred, ein Freund hier aus Köln. Hallo, Fred. Hallo. Guten Abend. Möchten Sie was trinken? Ja, ja. An Kölsch, bitte. Ja, erzähl uns. Wie ist er denn so? Übrigens, kennt ihr einen neuen Witz von den Köbels? Äh, nee. Verzähl uns. Seid den Köbels zum anderen. An deinem Tisch liegt ein Jass, der laut am Schnauze ist. Willst du den nicht ins nur Drusse bringen? Nee, auf ja. Kein Fall. Jedes Mal, wenn du wach wird, bezahlt er seine Rechnung noch einmal. Bernhard, was ist los? Du lachst ja gar nicht. Äh, tut mir leid. Ich hab nichts verstanden. Ich glaub, ich geh jetzt lieber nach Hause. Ach, mach deinen Quatsch. Bleib hier. Verzähl uns. Erzähl mal. Was ist los? Naja, ihr seid so lustig und versteht euch so gut. Und ich fühl mich halt ein bisschen blöd. Ach, komm. Jetzt machen wir erstmal eine Kölschstunde. Fred, übersetzt doch mal den Witz. Also, sagt ein Kellner zum anderen. An deinem Tisch liegt ein Jass, der schnarcht laut. Willst du den nicht rausbringen? Nein, auf keinen Fall. Jedes Mal, wenn er wach wird, bezahlt er seine Rechnung noch einmal. Also, jetzt erzähl ich euch mal einen Witz. Ein Schweizer, ein Österreicher und ein Deutscher. Okay, sie sprechen über... Okay, das heißt, Bernhard kommt aus Österreich und er sitzt mit zwei Personen. Das heißt, diese zwei Personen sind aus Köln. Eva und Fred. Okay, Fred, das heißt, fängt an, einen Witz zu erzählen. Aber, das heißt, die Frau lacht darüber, aber Bernhard lacht ja gar nicht, denn er hat nicht den Witz versteht. Der beten ist hier richtig. Ich sage dir, Bernhard, die wir hier aus Österreich brand haben, also basiert. Wir haben hier oben aus Österreich und das ist hier oben aus dem Witz, also neben die Stadt. Und diesen Köln ist hier oben aus dem Witz. Der beten wird in dieser Frage aus einer Nuktha gering. Und er hat ein Kind, aber er sprichst nicht. Und die Frau war auf eine Nuktha. So, das heißt, Sie sprechen über einen Witz. Okay, du hast an eine Nuktha gering. Hören Sie das Gespräch noch einmal und beantworten Sie die Fragen. Wir haben das Gespräch mit Ihnen. 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 Danke schön. Deutsche stehen auf einem Berg. Danke schön. Hallo. Hallo, Fred. Alles klar? Ja, bestens. Das ist der Bernhard, ein Kommilitone aus Österreich. Das ist Fred, ein Freund hier aus Köln. Hallo, Fred. Hallo. Guten Abend. Möchten Sie was trinken? Ja, ja. An kurz, bitte. Verzähl uns, wie ist es denn so? Übrigens, kennt ihr einen neuen Witz von den Köbels? Äh, nee. Verzähl uns. Sei den Köbels zum anderen. Ein Ding im Tisch, mit dem Jas, der laut am Schnauze ist. Willst du denn nicht ins nur Drusse bringen? Nee, auf ja, kein Fall. Ja, jedes Mal, wenn der Wach wird, bezahlt es in Rechnung auf die Nutz. Was? Was ist los? Du darfst ja gar nicht. Hm. Tut mir leid, ich hab nichts verstanden. Ich glaub, ich geh jetzt lieber nach Hause. Mach deinen Quatsch. Plackier. Verzähl uns. Erzähl mal. Was ist los? Na ja, ihr seid so lustig und versteht euch so gut. Und ich fühl mich halt ein bisschen blöd. Ach komm. Jetzt machen wir erstmal eine Kölschstunde. Dreh, übersetzt doch mal den Witz. Also, sagt ein Kellner zum anderen. An deinem Tisch liegt ein Jast. Der schnarcht laut. Willst du den nicht rausbringen? Nein, auf keinen Fall. Jedes Mal, wenn er wach wird, bezahlt er seine Rechnung noch einmal. Also, jetzt erzähl ich euch mal einen Witz. Ein Schweizer, ein Österreicher und ein Deutscher stehen auf einem Berg. Sagt der Schweizer? Hallo. Hallo, Fred. Alles klar? Ja, bestens. Das ist der Bernhard, ein Kommilitone aus Österreich. Das ist Fred, ein Freund hier aus Köln. Hallo, Fred. Hallo. Guten Abend. Möchten Sie was trinken? Ja, ja. An Kölsch, bitte. Verzähl uns. Wie ist er denn so? Übrigens, kennt ihr einen neuen Witz von den Köbers? Äh, nee. Verzähl uns. Sei den Köbers zum anderen. An deinem Tisch, wie den Jast, der laut am Schnauze ist. Willst du den nicht ins nur drüß zu bringen? Nee, auf keinen Fall. Jedes Mal, wenn er wach wird, bezahlt er seine Rechnung noch einmal. Unnötig. Hahaha. Bernhard, was ist los? Sie lacht ja gar nicht. Hm, tut mir leid, ich hab nichts verstanden. Ich glaub, ich geh jetzt lieber nach Hause. Mach keinen Quatsch, bleib hier. Verzähl uns. Erzähl mal, was ist los? Naja, ihr seid so lustig und versteht euch so gut. Und ich fühl mich halt ein bisschen blöd. Ach komm, jetzt machen wir erstmal eine Kölschstunde. Fred, übersetzt doch mal den Witz. Also, sagt ein Kellner zum anderen. An deinem Tisch liegt ein Jast, der schnarcht laut. Willst du den nicht rausbringen? Nein, auf keinen Fall. Jedes Mal, wenn er wach wird, bezahlt er seine Rechnung noch einmal. Also, jetzt erzähl ich euch mal einen Witz. Ein Schweizer, ein Österreicher und ein Deutscher stehen auf einem Berg. Ja, das stimmt. Okay, korrigieren wir. Okay, Bernhard bestellt. Ein Kölsch, sehr gut. Das Kölsch, das Kölsch, das Scharab ist. In der Medine Köln. Bernhard. A oder B. B. Lacht nicht über Freds Witz. Also, ich habe keine Ahnung über die Nucle der Fried. Bernhard. Bernhard fühlt sich. Bernhard. B. 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 Anal. B. 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 Batsks. Das ist eine Art von der Sprache, von der Lüttek. Wir beginnen mit dem Sprache und der Köln. Die Sprache Köln ist das Köln. Das Köln hat eine andere Sprache. Das Köln hat eine Sprache und die Sprache. Das ist eine Sprache. Unter Köln ist das Kölsch ein lebendiger Dialekt mit einer langen Tradition mit einer langen Tradition. In der Kölsch gibt es eine eigene Literatur. In der Köln ist es eine eigene Literatur. Die Köln ist ein typischer Lieder und eine gewünschte Derechnung für die Köln. Viele Kölner verwenden Köln als ein alltägliches Kommunikationsmittel. Viele Menschen aus der Köln verwendet diese Derechnung als eine gewünschte Derechnung. Wenn ein Kölner Hochdeutsch spricht, also ein Mensch aus der Köln ist ein Hochdeutsch Derechnung für die Derechnung. Das ist die Akademie oder der Kölner Hochdeutsch. Das ist die Akademie der Kölner-Kölner-Kölner-Kölner-Kölner. und so ist die Frau���, die hier halen R nerve aus seiner Köln kommt der Kölner-Kölner. In der Kölner-Kölner, Papier in der Kölner-Kölner, gab es drei Eine Franzungser, auch mal quicken in den Kölner-Kölner. Oder etwasiciónen aus der Atlus. Und folgt dir überprüche Studium. Es ist bestimmt wird dievals starke B-Ninge actor. Das G für médiä mother ein совремer P Brighton ist. Das ist das faltige Einer disagreelt. Spricht man meistens wie J, der Ich laut klingt immer wie Sch und es heißt nicht das und was, sondern das und was. Also wenn wir die Frage beberen, dass es die nämlich die andere i- auf dem Weg geht, dass es die andere i- auf dem weg sind, er mit dem Weg geht und es heißt learned, dass die andere die andere i- auf dem Weg geht. Und es heißt nicht das und was, das und was, das und was, aber nicht nur in Köln spricht man Dialekt. In allen Regionen Deutschlands, in allen Regionen Deutschlands, spricht man Dialekt mal mehr, mal weniger stark. In allen Regionen Deutschlands, in allen Regionen, in allen Regionen, spricht man mit der Regionen, in allen Regionen, und in allen Regionen. Über die Hälfte der Deutschlands, spricht man selbst Dialekt, also mehr als Nr. der Alman, spricht man selbst in der Regionen. Am häufigsten in Süden der Republik, also in den Regionen, in den Regionen der Regionen. Die Dialekte aus dem Süden sind bei den Deutschen besonders wichtig, also in den Regionen der Regionen, die der Regionen der Regionen ist. Die Regionen der Regionen von der Regionen sind sehr wichtig, also in den Regionen der Regionen der Regionen. Die Regionen ist auch ein Köln, auch in den Regionen der Regionen der Regionen. Am bleib des Stän, antliche Goldster der Regionen der Beat, die bei derinquen Manische Nr. Die Regionen sehr wichtig ist aber ein Dialekt aus dem Norden, also in den Deutschland ein, die die Ulraphen von der Gramen. Die Landart von Hamburg, die Landart aus dem Dialekt, dieầu Norte, oder die Figuren, die der Re infrastructure der老£. nur eine Minderheit, nur eine Minderheit der Menschen mag keinen Dialekt, nur eine Minderheit der Menschen mag, nur eine Minderheit der Menschen mag. Okay, wir können uns auf diese Verbindung an diese Verbindung. Der Dialekt in Köln heißt ... Okay, es ist ein Minderheit, aber wie heißt es? Kölsch, das Kölsch, die Sprache Kölns, das Kölsch. Man erkennt Leute aus Köln, weil sie Jans sagen und nicht. Jans sagen Sie haben sich mit dem Text ein, und sie ist ein Minderheit der Möglichkeit, die Sprache Köln. Die Sprache Kölns, die Sprache Kölns, also, der Sprache Kölns, die Sprache Kölns, also, die Sprache Kölns, die Sprache Kölns, die Sprache Kölns, das Kölns, die Sprache Kölns. Ganz oder mich und nicht, ich und nicht, mich, 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 mich. Auch in anderen deutschen, auch in anderen deutschen Regionen. In Regionen spricht man Dialekt, am, genau, Regionen Deutschlands spricht man Dialekt mal mehr, mal weniger stark. Über die Hälfte der Deutschen spricht selbst Dialekt, in Süddeutschland. Ja. 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 Das ist die Frage, die Sie können Sie mit ihr kennenlernen, oder Sie können Sie mit ihr kennenlernen. Recherchen Sie zu seiner Geschichte und Sie können Sie in den Tariq-Dialek finden. Suchen Sie bei den Beispielen, in der Anführung, stellen Sie ein Info vor. Und Sie können Sie in den Purs vor. Das ist ein Beispiel. Mein Heimer Dialekt heißt Lothringisch oder Franzisch, man spricht ihn im Nord-Osten von Frankreich. Wenn Sie in meinem Land, mein Heimat Dialekt heißt Marokkanisch. Marokkanische, Marokkanisch oder Marokkanische Sprache. Das ist eine arabische Sprache. Marokkanisch. Man spricht in Marokkanisch. Schreiben Sie einen Satz. Und Sie müssen Sie mit sein. Und Sie müssen Sie mit sein. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Interview für das Stadtradio. Du kommst aus Österreich, oder? Ja. Ja. Okay. Ja. Genau. Ja. Ja, stimmt. Ja. Ja. Ja, da bin ich ja neugierig. Und den Rosen Und wie ist das, ein neues Leben? Ja. 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 Ja, stimmt. Ja. 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 Weiber, also die Frauen an Weiberfastnacht. Das ist am Donnerstag vor dem Karnevalssonntag. Da feiern tausende von Frauen in der Altstadt und in anderen Stadtteilen. Das musst du erleben. Ah, na, da bin ich ja neugierig. Und den Rosenmontagszug möchte ich natürlich auch sehen. Ja, unbedingt. Viel Spaß noch in Köln und danke für das Gespräch. Bitte gern. Okay. Okay, worüber sprechen Sie zuerst? Moment. Nee, okay. Sie sprechen über die, über Foto Nummer B. Okay. Okay. Zwei, über das Essen in Köln, Foto 2. Und drei, über dieses, oder über diesen Spruch. Und vier, über den Karnaval. Okay, B. Haben Sie sich auch schon ähnlich fremd wie Bernhard gefühlt? Und dann können Sie die Erzählung von Freunden. Oder können Sie die Erzählung von Freunden. Sprechen Sie mit einem Partner oder einer Partnerin. Folgende Stichpunkte können helfen. Sprache, Essen, Tradition. Am Anfang habe ich mich in, erzählen, in Deutschland fremd gefühlt, weil noch keine Freunde hat. In Deutschland. Am Anfang habe ich mich in Deutschland fremd gefühlt, weil ich noch keine Freunde hatte. Mittel, am Anfang haben wir eine Mittel, als ich in Tanga war, habe ich mich fremd, ein bisschen fremd gefühlt. Weil die Stadt neu ist und das Wetter ist fast immer und das Wetter fast immer schlecht ist. weil die Stadt neu ist abstbat. Weil die Stadt neu ist. Fast, fast, fast immer, fast immer, fast immer so wird der Taqs schief. Also, ich will nicht mehr in den Tangeren sein, weil es ein bisschen schwierig ist, weil es eine neue Stadt ist, und weil es ein Taqs gibt. Also, wenn es diese Übersetzung ist, können Sie sich über die Übersetzung machen. Okay, wenn Sie ein Übersetzung sind, können Sie sich über die Gruppe betreffen. Also, ich fühle mich an, wenn Sie ein paar Fragen haben. Wenn Sie ein paar Fragen haben, dann bitte Sie.